Herzlich Willkommen zurück. Ne. Doch. Finde ich nicht okay. Ich schon. Kannst du mit den Zuschauern nicht ganz normal begrüßen, das geht gar nicht lang. Doch. Ne, du musst dir was besonderes anfallen. Warte. Wir brauchen Skalata, komm, los gehts. Ja, ja. Los gehts. Äh, ich muss erst mal hier weg. Mann. Hallo. Okay. Entschuldigung. Ich will mal die Kiste aufmachen, bevor wir hier los schaffen. Kitschte. Ui. Ich will auch Kitschte aufmachen. Was hast du gekriegt? Äh. Ein Zepter für Level 30. Wow. Und ein Studentenuniform. Wow. Ich auch. Ich glaube, das benutze ich ja. Das ist glaube ich nur für den Tag wieder, oder? Okay. Ja. Warte mal. Jetzt habe ich es wegsortiert, jetzt finde ich es nicht. Genutzt direkt. Ja. Ach du Kacke. Ich meine natürlich sieht Hunde hübsch aus. Ja. Zwei Studenten auf ihrer täglichen... Kriegeraxt des Blitzes zur Arbeit. Cool. Ui. Krieger. Was für ein Tiger? Krieger. Ich habe Tiger verstanden. Ich brauche einen Höhlen-Keeping. Was in Höllen? Das Sch-Skelett-Skelett. Ich habe das Sche-Skelett. Don't do it. Das sind so viele Menschen. Lat sie in die Gruppe ein. Guck mal, da hat auch seine Studenten. Ui, da stießt da hinten dran das. Viel Spaß. Soll ich dir auch nicht helfen? Danke. Danke. Warum kann ich es nicht aufsammeln? Alles. Krieger. Ich helfe dir. Ba 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 ba. Alles meins. Ablenkung gefällig? Ja. Oh, ich hab den noch ausgewählt, die Neude. Oh, was stößt da drin? Bonschitzbahn, ja auch. Da braucht man viel Zeug. Zauberge... was? Wieder so ein komisches... Achso. Zauberge... hä? Ja, entweder das liegt an der Internetverbindung oder die Servers sind überrascht. Was? Das ist grad bissle... Ja, aber was ist das? Oh, was ich das wissen. Oh, Entschuldigung. Äh, Hilfe. Skelett Krieger. Hilfe, bitte. Ich hoffe dir nicht, Elen. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Du bist Zeitverzöger. Ich töte ihn. Hey, das ist bei dir Zeitverzöger? Ja. Es braucht 2000 Jahre, bis es mal... Hallo? Nee, bei mir geht es direkt klar. Oh, nein. Vielleicht hätte ich doch ein Video updaten sollen. Oh, dann hast du es nicht updaten. Wann denn? Der Professionalität. Solche professionellen Aufnahmen bekommt ihr nur bei uns. Was mach ich jetzt? Cut. Ja. Lass mal Aufnahmen laufen, falls was krasses passiert. Okay. Ich weiß zwar nicht, wie man auseinander cuttet, aber ich probier's. Ja, da passiert nichts mehr. Ja, der ist sterben. Ja, der ist sterben. Vielleicht auch. Ich tue mich mal ein- und ausschlagen, okay? Okay. Also, kleiner Cut. Ja. Bis gleich. Bis gleich. Ciao. So, das sind wir wieder. Leider haben wir es gestern nicht mehr geschafft. Nee, mich hat es komplett aus dem Internet rausgeworfen. Ja. Und dann haben wir es einfach gelassen. Es war schon so gut. Ja, das stimmt. Wir kacken die Folgen jetzt zusammen. Trotzdem, danke fürs Zuschauen. Ja. Schade. Ich hab schon einen Titel für das Video. Okay. Ich brauch aber noch Skadette. Ja, ich hab schon wiederholbar. Danke für's machen. Wenn wir gut draußen laden, vielleicht zwei Folgen heute oben. Ja, mal gucken. Danke. Brauchen wir den? Ja. Nein. Nein, brauchen wir nicht. Nee. Danke. Das Skelettbogenschützen brauchen wir auch nicht. Das ist die Soldaten. Was machst du? Ach so. Alles unter Kontrolle. Lebensdrang. Lebensdrang. Die ganzen Steube, wo ich nicht aussahmen kann, musst du aussahmen. Kannst du mich auch mal gemein, die Steube aufsahmen lassen? Ach, vielleicht zehn Jahre. Komm, wir geben die Pester. Mach jetzt. Hier vorne. Ja, wo. Du kriegst auch geben. Das gesamte Inventar ist voll. Was? Skelett? Schwert? Ach so. Okay. Ich dachte, krass. Ist doch gar nicht voll. Was für eine Lüge. Darf ich dir ein paar? Schlaf hier. Na ja. Gut. Ja. Ach so. Ich sehe das nicht, wenn diese Klammer zugehen. Soll wir eigentlich das da benutzen? Was benutzen? Das da. Was ist das? 30% für sieben Tage und 20% für drei Tage. Ah ja, komm. Ja. Für drei Tage, oder? Ach so. Das da, die 120%? Ja. Okay, hau rein. Okay. Ja, beide benutzen. Hey, das geht ja noch. Wie lange geht das noch? Drei Stunden? Oh nein, unser Tierchen können wir nicht mehr benutzen. Technisch, von bei. Ja. Nein. Ich hab jetzt mein Inventar wieder voll isch. Regenstern, Tier 2. Cool. Ja, das machst du. Aua. Alter, ich hab sechs Tier 2 Trinke. Ach so, du musst noch die Quest annehmen. Dann will ich die annehmen. Ich muss die abgeben. Äh ja, das auch. Ich kann keine Quest annehmen. Das mit den Skeletten hast du schon gar nicht abgegeben. Ja. Ja. Sobre, ganz sobre. Ach so. Ja. Ja. Ja, ich hab's schon. Ja, ich hab's schon. Ja, ich hab's schon. Oh ja. Oh, eine Karte. Eine Karte. Nein. Und was kommt raus? Komm schon. Habe ich das schon? Genau eine Karte. Silberschlein. Für New und Down. Überall. Misch das? Das ist wieder so ein komisches Ding. Kannst du verkaufen? Ich weiß es nicht. Egal, wegwerfen kann ich es immer noch. Ja, genau. Schön, dass ich es in deinem Leben aussuche. Alter, das ist gebildet. Oh nein, jetzt habe ich die Steuer aufgesammelt. Hallo. So, ich habe gerade eine ältere Schriftrolle aufgesammelt. Ich habe es gesehen. Was kann er denn? Nein. Jetzt steig es nicht weg. Man ist doch eins am, nein. Jo. Da. Guck mal. Forts den Schneiden. Oder er. Von hinten aus. Ich spiele sie. Wir können ja auch. Es war meiner, steht da dran. So sind alle zufrieden. Könnt ihr mir auch helfen? Ja. Wenn wir jetzt hier fehlen, kriegt ihr es ja auch. Ja. Was liegt da auf dem Boot? Glauben sie nicht. Er kriegt es ja auch, wenn er ein Häusle ist, oder? Ja, klar. Muss nur in der Nähe sein. Alter, wie viele Schriftrollen lassen die fallen? Oh, wie geil, ja. Was ist die Skelette? Die normalen? Ne, allgemein. Wie viele Schriftrollen? Bestimmt schon die dritte, wo fallen gelassen wurde. Komm! Schriftrolle. Das ist noch einer. Wir helfen ihm jetzt beim Schleim sammeln. Komm! Ich hab Schade, das können wir ja abgeben. Du wirst die Steube nicht funktionieren? Ja, gleich. Aber er hat auch noch keine. Ja, wir müssen die ja trotzdem noch mal machen, oder? Ja, wir müssen die ja trotzdem noch mal machen, oder? Ach so. Alter, Schwiergeschriftrollen. Ja. Äh, ich bin Ruben. Das ist überschleimt. Was, dann können wir die gleich auch nochmal machen. Jo. Ja. Ja. Wie er gemascht ist. Ich mach dann den hier. Ja. Also wenn du das alles fliegen lässt. Wäsche einer. Das macht ja. Das macht ja. Ja, läuft. Aber wir brauchen Skelette und Schleime. Jo. Oh. Oh, was nicht gebraucht. Ah, ist gut. Okay. Hast du bescheuert. Ach, ist. Ich steube. Ja. Ich bin am Staub steuern. Ich glaub jetzt ist ja auch glücklich, oder? Jo. Wenn das so viel Unterstützung kriegt. Oder? Können wir die Skelette auch mal machen. Ah, und da brauchen wir auch noch den Höhlenkäfig. Ah ja, stimmt. Hat der da hinten. Ja. Ich bin zu uns. Okay. Okay. So. Erstmal alles anmachen. Er kommt. Mit. Besuch. Vorsicht. Was hat der für geiles fallen lassen? Verlebenskrank. Na, du darfst dich nicht stören. Wo? Ah, glätzt gestern. Ich dachte grad hell ist der Silbererzfälle. Da dachte ich grad auch. Nein, wir sind in der Tasch vor. Schau gerade. Ja, ich weiß. Hast du sie grad aufgesammelt? Ja. Die A-Karte. Da ist noch einer. Oh, was hat der alles fallen lassen? Oh. Das Mikrofon meldet sich. Oh. Das ganze Stolbe misch ich auch noch. Oh, der ist 27. Der brauchst du immer noch. Wer ist 27? Der Typ. Also. Lass ihn doch. Ja, aber dann brauchen wir das ja auch noch bis 27. Wir müssen es ja nicht. Das ist ja... Kannst ja machen, wenn ich es will schon. Ja, das stimmt. Ähm. Ja, komm. Alles gut. Boah, ich hab ihn gefinisht. He finish him. So. Also wenn er nicht bei uns bleibt, hat er Pech gehabt. Oh, der ist gut. Wir können ja kurz warten, bis er kommt. Mein Gaschbruch. Ja. Ja, den können wir abgeben. Wie der. Äh. Meine Gaschbruch. Ja. Nein, ich bin schon mal noch vor. Hm. Ha ha. Äh, Ruhm, älte. Nicht nur Ruhm. Ein Trank. Verdammt. Und das kannst du dann aufheben. Was? Was? Ah, ja. Ja. Ja, das kannst du bestimmt bald aufheben. Ja, aber du's killtasch halt. Hm, das kann ich nicht aufnehmen. Warte. Doch jetzt. Alter, da lagen elf Stück. Von denen die Geiststoffbrucht. Ja, weil ich's weggehofft hab. Ach, du's ja auch... äh, hä, lol. Oh, du musst die weggerufen. Äh, da können wir auch noch was anderes. Statt immer nur diese Blütenschleife. Ja, schon. Könnten wir noch werden. Durch einen Kühlbaum. Oh, ne, das steht täglich. Wir können da unten was machen, was uns Fleisch gibt. Das glühende Wohl. Und sind noch auch bei dem... Ah, die Höhlenkäfinge. Bücher. Komm, wir gehen mal hier rauf. Das ist ein schöner Warschbär. Jetzt müssen wir laufen. Ist ja doof. Ach, lol. Ich will das sehen. Baut denn mein Mana Mana ist aus. Ah, ist gut. Ah, ist gut. Ah, da schon mal ein Höhlenkäfing. Ja. Da haut drauf. Ich haut drauf. Ui. Nice. Was? Meine Augen. Was hat noch liegen lassen? Ein Mana Trank. Nein, da liegt noch Seelenstaub. Oh, Tatsache. Hab ich gar nicht gesehen. Du hast es gerade gefragt, du hast es noch mal gelassen. Ja, aber ich habe es nicht gesehen. Bäh. Ah, ist gut. Ah, ist gut, er geht auf mich. Was ja schlimm ist. Was? Wir sind jetzt nicht mehr gebufft. Ich war noch nie gebufft. Achso. Oh. Ich bin jetzt nur noch 700 Leben. Und vor allem 300 Mana. Das nervt am meisten. Ich kann gar nichts machen mit den Mana. Mana Mana. Du 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 du. Basisch. Das nen normalen Käffling. Nein. Ich glaube da oben läuft immer au. Ich glaube da oben läuft immer au. Joko Käffling, was ist schon ? Joko Käffling. Und den brauchen wir au. Echt? Nein, warte. Den Krabbe Golfen wir. Oh leil ich nicht. Aber ich? Dann mach wir halt Krabbe noch. Den brauch ich ein Stück alter. Achso. Für die täglichen Kürst. Da nehme ich die au an. Ich soll die empfehlen. Mannertrank! Ui! Die kann ich gucken, die brauchen. Da ist noch Magibuch. Ich brauche noch das Magibuch. Ja. Also da kommt man gar nicht runter. Ne. Doch. Ui. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ja, du machst das, gell? Ja. Ich suche gerade die Höhenkewingen. Sieht man da einen Unterschied? Ne, nicht wirklich. Die sind, glaube ich, ein bisschen größer. Weil hier oben läuft Räume eigentlich einer rum. Ah, der hat noch einen Waschbär. Ich will auch noch spielen. Leiden? Nachtwache Leiden, okay? Wo bist du? Da. Hast du den gerade killt? Ja. Magibuch. Sieben von acht. Da. Ja, warte auf mich. Ja, klar. Warte, ich hole ihn. Ui. Ja, dann wäre das auch fertig. Können wir das auch gleich abgeben. Ui. 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 Ja. Das wird das Gerät. Achso, kann man das direkt abgeben. Und Glego hat dein Vorleser Inventar. Ja, ja, pst. Glego hat dein Vorleser Inventar. Glego hat dein Vorleser Inventar. Ich staub nicht. Halliguch, halliguch. Alter. Kannst du Sachen aufheben, die ich fallen lasse? Ja. Ja. Da bist du jetzt hin. Da runtergelaufen. Und ich bin hier hinten. So. Kannst du dir helfen? Ja. Ich kann mir die Skelette auch noch nehmen. Alter, man kann gerade drei Quests bilden oder sowas. Hast du auch so viel bilden können? Ja. Cool. Und die Buch. Der verfügt bei zwei. Cool. Achso, das sind wahrscheinlich wieder die wiederholbaren. Das sind pulver. Wiederholbar. Oh, hm. Seltenes Material. Ah! Das ist mit den Höhlenkeving. Kannst du schauen nochmal. Ich brauche nur Rasen der Keving. Achso. Ah ja, stimmt. Wahrscheinlich schon wieder alle Skelette hier. Danke für den Malertrank. Erstmal alles sauber machen. Danke für den Malertrank. Da. Hier ist Max. Woher kommt der her? Das heißt ... Weiß ich nicht. Dann lächeln, es lässt doch nach. Bei einer dritte. Da ist die glügel. Ja noch mal. Das ist wohl selten. Das ist wahrscheinlich da unten. Kann auch nicht. Da werden wir umprobieren. Das sind wir noch nie runde, oder? Da gibt es so Pursankammer 2. Da waren wir noch nie, ja. Nö. So, mal hin. Wir können ja mal von dort irgendwas brauchen. Kann ja sein. Ich darf einfach mal drum rum. Funktioniert nicht ganz so gut. Funktioniert auch. Bin bald Löffler. Bin bald rot. Das ist nicht gut. Äh, dann heil dich. Du bist tot. Warte, du hast schon dein Inventar. Ja, genau. Alles gut. Ich bin nicht doof. Magiekristall. Ui, das ist ein hochwertiger Magiekristall. Kannst du dir mitnehmen? Ich kann dir nicht mitnehmen. Im Inventar voll, oder? Ja. Ich glaube, ich habe sogar so eine hochwertige Kreisstoffroh. Ich habe so viel Scheiße im Inventar. Ui. Guck mal, ich habe eine hochwertige Kreisstoffroh. Das ist gut. Kann ich aber auch nicht crushen. Ich habe viel zu viele Rollen. Ich muss die einlagern. Ist echt so. Ich auch. Guck mal. Ich habe 19 Stück von Elde und eins von Rune. 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 Was? Ich glaube, dich nicht reinlassen. Warum? Was habe ich getan? Na, du stirbst noch mal. Ich sterb noch nicht. Du stirbst wieder. Heil dich. Heil mich doch. Da. Ah. Nein. Jetzt ist das Ding weg, wo hier war. Das war die hochwertige Dinge. Jetzt verschwunden da. Verdammt. Kein Winter. Komm. Wir gehen mal weiter. Ich weiß nicht was ich gerade mache. Spielen. Ui. Schleim. Ignorieren weiter. Ich versuch's. Wurde ich's hier beschneiden. Hm. Das brauchen wir eh auch. Hier müsste irgendwo das Portal sein. Da ist das Portal. Ja. Wo kommen wir da hin? Oha. Cooles Bild. Ah. Da stößt da hinten. Braucht nichts hier. Braucht mir später die Fehlermöße. Bisschen die rot. Ja. Boah. Was ist denn das für ein Teil da in der Mitte? Deko. Was muss ich sagen? Komm. Kann man hier eigentlich eine Rolle benutzen? Ja. Ja. Kronen kannst du bereit benutzen. Wohin? Nach Elde. Danke, dass du mir das jetzt ausprobst. Ich hab die fast die falsche benutzt. Wegen dir. Du bist schuld. Ich will mich voll heilen. Hey. Warte auf mich. Ich versuch mich erstmal rumzudrehen. Es ist echt so. Jetzt muss ich erstmal die Umgebung laden. Alle noch mehr. Ich hol mir meine Schriftrolle wieder. Kein Platz. Es ist echt so. Ich hol mir auch grad die Schriftrolle wieder. Ich muss glaube ich erstmal zum Lager. Ach so. Ich glaube wir müssen hier langsam mal einen Cut reinmachen. Meinsch? Ja. So schwitzt es zu lange. Okay. Ja. Dann. Okay. Also dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja. Trotz des Schwierigkeiten. Irgendwas. Dings. Ja. Egal. Tschüss. Tschüss.